Ich bin der Herr Marodor, mich kennen wahrscheinlich auch einige. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über dieses JavaScript. Und auch der Subtitle vom Vortrag ist The Good, The Bad, The Ugly, weil inzwischen ist eigentlich gar nicht mehr alles so kacke wie früher. Aber da die schlimmen Sachen viel lustiger sind, fangen wir mit The Ugly an. Aber das ist auch ein sehr langer Teil. Also fangen wir mit Kleinigkeiten an. Also sowas, das kennen tatsächlich schon viele. JavaScript hat das halt mit diesen Typen nicht so. Und dann kriegt man auch lustige Ergebnisse, wenn man Dinge addiert. Also so Array auf Array gibt einen leeren String, weil er den Inhalt des Arrays nimmt, was halt leer ist. Und zwei leere Strings ergeben einen leeren String. Beim zweiten fängt er an mit einem Array, hat einen String und addiert einen String auf ein Objekt. Und dann denkt er sich, das geht nicht, also nehme ich mal den Typen von diesem Objekt. Beziehungsweise nicht den Typen, sondern die ToString von dem Objekt. Und das ist standardmäßig einfach Object, Object. Wenn man das aber umdreht, dann denkt er sich, das ist ein Objekt. Das machen wir mal zu einer Zahl. Und wenn er eine Zahl auf ein Array addiert, dann nimmt er halt auch wieder die Repräsentation von dem Array, was halt leer ist. Also nichts macht 0 plus 0. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel. Also die Funktion Alert, die kennen wahrscheinlich die meisten. Normalerweise kriegt man da ein tolles Pop-up mit dem Text, den man da reingibt. Jetzt haben wir Call, das ist um eine Funktion aufzurufen. Und Apply ebenso. Und jetzt fangen wir an, ganz oft Call auf Call aufzurufen. Und da ich auf jede Funktion Call oder Apply aufrufen kann, mache ich das eine Weile. Und gebe dann diese tolle Funktion ein, die sich selbst zurückgibt. Und dann in Array 1, 2. Die Anzahl der Calls spielt tatsächlich keine Rolle. Also ich könnte da jetzt auch noch 50 mehr Call reinpacken. Das Ergebnis wird das gleiche sein. Und ich behaupte einfach mal, keiner von euch weiß, was da rauskommen wird. Das Ergebnis ist 2. Das ist tatsächlich auch, also wenn ich das jetzt erklären würde, wäre die Stunde auch schon vorbei. Deswegen dürft ihr euch das mal selber angucken. Dafür müsst ihr euch die Spezifikationen von Call und Apply angucken und ganz viel hassen. Hassen ist dabei wichtig. Dann fangen wir mit leichteren Dingen weiter. So, ob true gleich 1 ist? Ne. Was ist, ist true plus true denn 2? Richtig. Weil offensichtlich ist 1 plus 1 gleich 2 und true ist ja offensichtlich 1, auch wenn es nicht 1 ist. Wobei das hängt jetzt daran, ich benutze hier in der Regel den 3 mal gleich, sprich ich checke auch den Typen. Würde ich nur 2 mal gleich benutzen, wäre true gleich 1. Aber weil, da man eigentlich nie doppelt gleich benutzen sollte, sondern immer 3 gleich, mache ich das hier auch. So, das ist jetzt, für jeden, der mit Floating Point gearbeitet hat, ist das jetzt klar. Dass ich offensichtlich, wenn ich das reingebe, das rausbekomme. Das ist halt Ungenauigkeit, wie das so ist. Entsprechend sowas hier, also man würde jetzt ja meinen, ist korrekt. Ist es aber nicht. So, jetzt gehen wir wieder mit diesen tollen Typen, die JavaScript ja irgendwie so ein bisschen hat. Manchmal aber auch nicht. Oder ich weiß auch nicht genau, ob JavaScript sich sicher ist, ob es Typen hat. Also das sieht nicht so aus, weil da kommt N20 raus als String. Ja, jetzt subtrahieren wir das aber mal wieder. So, was wollen wir jetzt machen? Wir können ja nicht die 1 wegnehmen davon. Genau, da kommt 1 raus. So. Ist denn 0 gleich minus 0? So. Doch, ist es. Ja. So, ist denn aber auch 1 durch 0 gleich 1 durch minus 0? Weil wenn 0 gleich 0 minus 0 ist, dann müsste das ja eigentlich äquivalent sein jetzt. Ist es aber nicht. Das eine ist Infinity und das andere ist Minus Infinity. Ups. Es ist natürlich immer abhängig davon. Das sind aber alles spezifikationskonforme Dinge. Das ist aber immer so eine Sache. Also nur weil etwas spezifikationskonform ist, heißt es nicht, dass es überall so funktioniert. Chrome, sprich Node und V8, das ist so das Referenzbeispiel, weil das ist am weitesten da. Die Sachen, die ich jetzt hier vorstelle, die sind so alle im aktuellen Chrome nachvollziehbar. Genau, dann sagte ich ja eben, 1 durch 0 ist Infinity, 1 durch Minus 0 ist Minus Infinity. Ach, not a number ist eine super Sache. Das ist sehr wichtig, dass hier raus Falls rauskommt. Weil, das ist tatsächlich einfach, die Spezifikation sagt, not a number ist nicht äquivalent zu not a number. Das ist halt einfach so definiert. So. Auch da. Es ist tatsächlich typunabhängig. So, is not a number, then not a number? Ja, so, also, klingt logisch. Ja, jetzt kommt es aber. Ist das not a number? Weil, also, das ist ja nicht eine Number. Ist es aber. Also, es ist, fu, is not a number. Aber es ist nicht not a number. Jetzt haben wir aber hier, wir haben jetzt hier das Gleiche mit Numbers. Es gab irgendwann mal ECMASC6 und da gab es, hat man angefangen, die globalen wegzunehmen. Jetzt gibt es ein number-punkt, is not a number. Wenn man ein bisschen Java's gemacht hat, weiß mal, dass bei den meisten Funktionen die globale Funktion äquivalent ist zu der geprefixten. Einfach, weil wir wollen ja nichts kaputt machen, also müssen wir den ganzen alten Scheiß mitschleppen, damit die Seiten immer noch funktionieren, wenn sie diesen alten Kram benutzen. Jetzt haben sie aber angefangen, das zu ändern, denn hier kriegen wir jetzt plötzlich false raus. Das heißt, number-point is not a number, funktioniert so, wie man sich das vorstellt. Man prüft, ob etwas not a number ist. Also, ob es die Variable not a number ist. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke. Ja, das ist das Gleiche wie oben. Ja, das ist auch immer super. Wir wollen not a number parsen. Also, not a number können wir ja nicht parsen, weil es ist ja not a number. Ne. 13.511. Genau, das Relevante ist das zweite Argument. Das zweite Argument ist nämlich die Basis. Und ab 24 ist n, r, a und n, alles valide Zahlen. Also denkt sich JavaScript, ich bin schlau. Guck mal, ich mache dieses not a number zu einem String und dann kann ich das ja parsen. Und dann kommt eine Zahl raus. Das ist doch bestimmt das, was du wolltest. Also, ich vermute mal, das ist eigentlich nie das, was man will. Aber, naja. So, weiter geht's. Das können wir ja offensichtlich nicht in Integer parsen. Das geht ja nicht. Genau, wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist 20. Genau, der parsst halt einfach so weit, wie es geht. Wenn man vorne mit einem validen Ding anfängt, macht er hinten weiter. Jetzt können wir aber auch das machen. Jetzt addieren wir implizit 0 auf die 20 Fu. Das kann er dann nicht. Das ist übrigens der Weg, wie man früher Sachen in Integer geparsed hat, weil es keinen anderen Weg gab, wirklich zu prüfen, ob ein String komplett eine Number ist. Man musste tatsächlich so einen ekligen Kram machen, statt eine Funktion zu benutzen, die so klingt, als würde sie das tun, was man möchte. So. Wo wir bei der Sachen sind. Der Typ von Infinity ist eine Number. Das ist ja erstmal logisch. Was ist denn der Typ von Not a Number? Number. Ja, der ist auch super. Wir nehmen die Min-Value von Number. Also die muss ja offensichtlich kleiner 0 sein, weil wir können ja auch mit negativen Zahlen arbeiten. Nee. Das ist, weil Number-Min-Value ist diese tolle Zahl, das ist die kleinste positive Integer, so nah an 0, wie wir rankommen. Folglich größer 0. Ja. Das ist ja eigentlich auch eindeutig. Max ist offensichtlich größer als Min. Denkste. Was ist denn dein Max? Weil wenn Max offensichtlich kleiner ist als Min, dann muss da ja doch jetzt irgendeine super kleine Zahl rauskommen. Ja, das ist nämlich Minus-Infinity. Jetzt gehen wir Min. Was ist denn dein Min? Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Max Infinity ist und Min Minus-Infinity, weil das sind so die größten Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Ja, das ist genau andersrum. Steht so in der Spezifikation übrigens. Das ist ja einfach so. Wenn man un-defined in diese Funktionen reingibt, soll das so sein. Hat man mal gedacht, ist super, machen wir so. So, sortieren wir mal ein paar Zahlen. Also die sind jetzt noch nicht sortiert. Klingt, sieht ziemlich trivial aus, sollte halt ziemlich einfach sein. Ja. Nee. Irgendwie ist die 10 da falsch reingekommen. Aber sort funktioniert nur mit Strings. Per Definition. Und wenn wir da Sachen reingeben, die keine Strings sind, dann machen wir daraus Strings. Wir wissen, wir wissen, was du willst. Ja, natürlich. Danach wieder Zahlen. Wir machen das nur in der internen Repräsentation. Wir berechnen, wir formatieren die jetzt nicht irgendwie um und geben denen dann die Strings zurück. Das wäre ja logisch. So weit kommt es noch. Hier, noch mehr Mathe. Ja. Also ich vermute einfach mal, dass keiner von euch weiß, was da rauskommt. Außer er hat das vielleicht schon mal gesehen. Nee, es ist keine Zahl. Da kommt Fail raus. Was? Das funktioniert, weil wenn wir uns das angucken, kommt da ziemlich oft ein Array auf ein Array addiert oder die Negation eines Arrays auf ein Array addiert. Das heißt, die Negation eines Arrays ist False und die Negation eines Arrays auf ein Array addiert ist auch der String False, nicht der Boolean False. Und auf ein String False können wir ja mit einem Index auf die einzelnen Buchstaben draufkommen. Das heißt, wir addieren fröhlich weiter, weil wenn wir auf False rauskommen, kriegen wir auch irgendwie True raus und wir wissen ja, dass True plus True zwei ist. Also können wir da ein bisschen mit Indexen arbeiten und dann fangen wir halt an, False so lange mit Indexen zu bearbeiten, bis wir da irgendwie Fail rauskommen. Also außer, dass in False kein I drin ist, da ist der Trick. Dazwischen bauen wir uns ein Undefined und in Undefined ist ein I drin. Und dann hat man eine schöne Sache, wo Fail rauskommt. Der String Fail. So, wir können auch so tolle Arrays ohne Inhalt eigentlich. Also jetzt ist da, man würde jetzt vermuten, das Ding ist, wir machen ein Array mit vier Elementen, die sind alle Undefined. So, alle vier. So, jetzt holen wir uns die Länge. Die ist drei. Denn, ähm, nee, nicht dreimal Komma, sondern wir haben ein Trailing Komma da drin. In JavaScript dürfen wir Arrays mit einem Trailing Komma beenden, um später einfach neue Dinge hinzuzufügen, ohne dass wir noch ein Komma reinmachen. Das macht Code-Reviews tatsächlich ziemlich viel einfacher. Fällt einem dann hier auf die Schnauze. So, eine Number gibt scheinbarmäßig Null zurück. So, und wir wissen ja, wenn wir nichts reingeben, ist das implizit Undefined. Also ist das ja auch Null. Null. Das ist Not a Number. Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist halt so. Da gibt es keine Logik, das ist halt so. In der Spezifikation steht, wenn wir Undefined da reingeben, explizit, dann kommt da Not a Number raus. Wenn wir kein Argument reingeben, dann nicht. Und eine Sache, die auch wenig kommen, wir sind eigentlich, kommentieren wir mit zwei Slash, wie in vielen Sprachen. Wir dürfen aber auch so kommentieren. Ich bin froh, dass es fast keiner macht, weil das wäre echt eklig. Aber weil JavaScript ja ursprünglich mal so, wir machen HTML und so minimal JavaScript, aber nicht viel. Also wollen wir auch HTML-Kommentare benutzen. Geht immer noch, weil in JavaScript entfernen wir ja nichts. Wir nehmen alles mit, was früher scheiße war, damit es immer noch scheiße ist. Und machen dann neue Dinge, wie dieses Number Pass Int. Der Number ist Not a Number, um einfach mal zu ändern, was es denn ist. So. Jetzt wollen wir mal drei Sachen vergleichen. Eins ist kleiner, zwei ist kleiner, drei. Ist ja logisch. Das denkt sich JavaScript auch. Dann ist drei auch größer, zwei ist größer, eins. Nö. Weil wir können gar nicht drei Sachen vergleichen. Wir können immer nur zwei Sachen vergleichen. Das heißt, wir vergleichen, eins ist kleiner, zwei, beim ersten. Das ist korrekt. Dann kriegen wir True. Und True ist ja kleiner, drei, weil True ist ja eins, wenn wir in Number sind. Und eins ist kleiner, drei. Wenn wir bei unten arbeiten, dann haben wir True ist größer, eins. Und das funktioniert ja nicht. Deswegen funktioniert das aber. Da kriegen wir True raus. Weil dann kriegen wir ja eins ist größer, gleich eins raus. So, jetzt haben wir noch Strings. Die haben auch super Typ-Örgenschaften. Also dieser String Foo ist Typ String. So. Foo ist aber nicht die Instanz String. Weil einmal groß, einmal klein geschrieben. Das ist tatsächlich relevant. Dann machen wir uns einen neuen String. Wir machen den neuen String Foo und der ist gleich Foo. Das ist korrekt. Dann sollte da doch jetzt Typ String rauskommen. Weil wir machen doch explizit New String. Nee, Object. Dies ist ein Object, genau. Nein, der Typ von New String ist Object. Weil es ist ein Object. Das ist ein Object mit dem Namen String. Das ist korrekt. Aber es ist ein Object. Man beachte übrigens, dass ich da ausnahmsweise mal zweigleich benutzt habe. Weil mit dreigleich wäre das auf die Schnauze gefallen. Weil, wie wir wissen, ist das ein Typ String, das andere Typ Object. Und dann hätte er direkt gesagt, geht nicht, weil das ist ein anderer Typ. Das ist wie bei Java. Das macht es nicht besser. So. Dann. Jetzt machen wir uns mal ein paar Funktionen. Wir machen uns eine Error Function. Die ist neu in der Spezifikation. Und da geben wir 10 raus direkt. Da brauchen wir keine Klammern. Das ist schön einfach. Kriegen wir auch 10 raus. Jetzt machen wir das klar. Ich gebe mein Objekt zurück. Jetzt geben wir mein Objekt zurück. Bekommen aber undefine zurück. Das ist wahr. Wir können zwar diese Klammern weglassen, um ein neues Statement, um den Function Body anzumachen. Die können wir weglassen, wenn wir sofort was zurückgeben. Jetzt ist es aber nicht klar für den Parser. Habe ich jetzt gerade einen leeren Body? Oder will ich dieses Objekt leer zurückgeben? Da hat man sich darauf geeinigt. Man gibt ein, dass es der Body-Start ist. Wenn ich Klammern drum machen würde, um dieses Objekt, dann würde ich tatsächlich ein Objekt zurückkriegen. Weil die normale Klammer auf sagt, ich gebe jetzt einen Wert zurück. Das sind so ein paar dieser Sachen, die echt eklig sind. Das meiste fällt einem nicht auf im normalen Programmieren. Sollte man tatsächlich mal gewusst haben oder zumindest mal gesehen haben, weil sonst fängt man an zu programmieren, hat dann irgendwann so einen Fehler und denkt sich, was? Das geht doch nicht. Und dann sitzt man da zwei, drei Tage dran und denkt sich, nee, das geht nicht. Wieso ist das falsch? Das geht doch nicht. Und wenn man so ein bisschen weiß, dass JavaScript echt seine Eigenheiten hat, dann geht das ganz so. Jetzt haben wir noch ein bisschen schlechte Dinge. Die sind nicht mehr ganz so eklig. Davon habe ich auch nicht so viele von diesen schlechten Dingen, weil JavaScript ist so, naja, es gibt eklige Dinge und es gibt gute Dinge. Dazwischen ist halt nichts. Es kommt dann, weil die guten Dinge sind alle neu, sprich, ich mache Skript 6, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt. Und die ganzen alten Sachen sind halt 5 und 3 und die gibt es halt schon irgendwie seit den 90ern. So, das Schlechte ist nämlich, das haben wir tatsächlich auch mitgeschliffen, aber es ist so ein Konzept, das muss man komplett verstanden haben, um irgendwie damit arbeiten zu können, nämlich der Kontext. Sprich, was ist Sist? Da haben wir nämlich sowas hier. Wir machen eine Funktion X, wir machen ein Objekt X mit einer Funktion Foo und geben sich selbst zurück, haben dann Y, setzen Y auf die Funktion Foo und rufen jeweils diese Funktionen auf. Jetzt ist das Ergebnis von beiden Funktionsaufrufen, obwohl wir die gleiche Funktion aufrufen, nicht identisch. Nämlich beim einen haben wir eine Referenz auf Sist, nämlich dieses X und beim anderen nicht. Das heißt, beim Y und dem Funktionsaufruf von Y ist das so ein, da kommt es jetzt darauf an, wer ausführt. Also manchmal kriegt man, und in welchem Kontext. Also im Browser kriegt man in der Regel Window zurück, bei Node kriegt man Global zurück, bei manchen Browsern kriegt man Undefined zurück. Also das ist so Glückssache. Sollte man sich echt nicht darauf verlassen. Und wie ich ja schon sagte, mit diesem Call kann man den Kontext ändern. Das heißt, man kann jetzt plötzlich Funktionen explizit in Kontext zurückgeben. Bei diesem Call Console kriegen wir Console zurück, beim Undefined Undefined und beim zweiten kriegen wir uns selbst zurück, weil wir beiden haben diese Funktion. Funktion, was übrigens echt eklig ist, weil wenn du einfach nur eine Funktion bekommst und gar nicht weißt, woher die kommt, kannst du dir, wenn das nicht in der Loku steht, weißt du nicht, was der Kontext von dieser Funktion ist. Weil der könnte schon von irgendwann mal festgelegt worden sein und dann ist der halt immer so. Also Console ist zum Beispiel so ein Beispiel. Console.log hat immer Console als Kontext. Zumindest in Chrome. Von den anderen will ich jetzt nicht reden, weil das steht nicht in der Spezifikation. Aber Chrome hat irgendwann mal gesagt, man will offensichtlich Console haben, also setzen wir diesen Kontext immer auf Console, sofern er nicht explizit geändert wird. Genau. Und das Gleiche haben wir halt hier. Das ist jetzt nur so ein bisschen Beispiel, dass wir dadurch, dass wir den Kontext und die Funktionen auf Variablen setzen, haben wir halt einfach ziemlich wirr und man muss lange überlegen, bis vor man genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert. Deswegen sollte man so echt nicht programmieren. Also das ist für einen selbst super, weil man hat das ja gemacht, das heißt, man weiß, wie das geht. Alle anderen denken sich aber, ey, Alter, geh weg. Also wenn man seine Kollegen ärgern will, schön viel mit Kontext arbeiten und nicht klar haben, was jetzt wie ist, freut sich jeder darüber. Optimization ist auch so ein Ding. Das spricht jetzt explizit von V8, sprich Node on Chrome. Weil die sind die einzigen, die so wirklich eine Doku haben, was die genau tun. Firefox und ihre Engine ist so, probier halt aus. Wir sagen dir nicht, es gibt keine Doku, wo drinsteht, wann wir aufhören zu optimieren. Und bei Edge weiß ich es tatsächlich nicht. Da würde mich aber nicht wundern, wenn die das auch gut können, weil der ist echt nicht schlecht. Ja, und dann haben wir nämlich so Sachen wie Deklarationen mit diesen Dingen, nämlich den Prototypen und Get und Set, führen immer dazu, dass die komplette Funktion, in der das aufgerufen wird, deoptimiert wird. Und bei V8 sprechen wir so vom Performance Boost Faktor 10.000. Ja, optimiertes Gyroskip ist super schnell. Nicht optimiertes Gyroskip kannst du in die Tonne treten. Also wenn man irgendwann mal denkt, warum läuft das so langsam, überlegen, habe ich sowas benutzt? Wenn ja, dann ist die Chance, dass es daran liegt, sehr hoch. Das ist noch eine Sache, die kann man prinzipiell optimieren, die haben es nur noch nicht. Diese Sachen hingegen sind ziemlich unwahrscheinlich, dass sie jemals optimiert werden. Also bei Evil ist das natürlich ziemlich klar, weil da müsste ich ja irgendwie erstmal parsen, was in diesem Evil drin steht und das ist alles eklig. Außerdem soll man Evil eh nicht benutzen. Genau, it's evil. So, fangen wir mal, gehen wir mal mit den guten Sachen weiter. Das ist jetzt hauptsächlich ein Überblick, was wir denn so in den letzten, ich glaube, zwei Jahren, ein Jahr an JavaScript so neue Dinge haben. Let und Const zum Beispiel, weil es gibt ja var. Var ist total eklig, weil damit kann man solche Dinge tun. Wir definieren eine Variable, dann machen wir nur ein Body auf oder eine Funktion, ist in dem Fall tatsächlich egal und definieren dieses um. Und wir definieren es nicht um, indem wir die Variable einen neuen Wert geben, sondern wir definieren einfach nochmal diese Variable. So, jetzt würde man denken, ja, dann habe ich in diesem Body diese neue Variable. Ja, nee, mit var nicht. Mit var haben wir die überall jetzt. Ja, überall. Jetzt ist Foo überall zwei. Egal, was das vorher war. Inzwischen geht das besser. Inzwischen haben wir Let. Let ist immer an diesen Body gebunden und ist danach halt weg. Konstanten sind auch super. Wir machen uns eine, wir sagen Foo muss konstant sein und darf nicht geändert werden. Ja, aber das entforst ja keiner, kann also jeder beliebig ändern. Das geht jetzt auch besser. Wir haben jetzt so ein Keyword Const. Wenn wir jetzt das versuchen, dann gibt es eine Exception. Und solche Dinge gehen halt auch. Das muss noch nicht mal in einem neuen Body sein. Wir können einfach an beliebiger Stelle ein var neu definieren. Wenn wir das mit einem Let versuchen, dann gibt es Exceptions. Wie man das von einer vernünftigen Programmiersprache erwartet. Hat ja nur zehn Jahre gedauert oder so. Nee, war kein Zecknick. Inzwischen ist es auch optimiert. Also es gab eine Zeit, bis vor einem halben Jahr, glaube ich etwa, da war das in Voracht nicht optimiert. Wenn man Let oder Const benutzt hat, wurde einfach alles nicht mehr optimiert. Es war ziemlich doof, weil das war schon die Zeit, wo in Node Let und Const nativ verfügbar war und alle das benutzt haben. Weil es gibt es jetzt ja und es ist viel besser. Aber es ist einfach zehnmal langsamer. Naja, das ist tatsächlich nur zehnmal langsamer. Also es gibt ein paar Fälle, aber das ist nur zehnmal. Weil das wird so halb optimiert. Chrome hat ja, und vor acht haben wir inzwischen irgendwie drei verschiedenen Optimierungsstufen. Genau. Was aber bei Const halt ist, Const setzt nur die Variable, das freest nicht. Das heißt, wir dürfen beliebig Dinge da drinnen ändern. Dann haben wir Destructoring. Wenn wir ein Objekt haben und dann einen bestimmten Wert davon haben wollen, dann müssen wir den halt explizit setzen. So war es früher. Jetzt können wir solche Dinge tun, um wesentlich komfortabler dran zu kommen. Wenn man nur einen Wert hat, ist es relativ egal, wie man das jetzt macht. Wenn man aber irgendwann, sagen wir mal, fünf von den Properties von seinem Objekt haben möchte, den Rest aber nicht, ist das ziemlich eklig, wenn man dann fünfmal schreiben muss, dass man bar gleich Fuhpunkt bar setzt. Damit geht das einfacher. Das Gleiche geht für Aries. Das ist auch. Da können wir nämlich auch mit diesem Komma einfach Dinge dazwischen leer lassen. Das sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber es ist echt toll insgesamt. Und wir können Variablen, wenn wir Variablen wechseln wollen, braucht man früher zwingend eine dritte Variable. Jetzt können wir sowas schreiben. Also das sieht tatsächlich ziemlich verwirrend aus, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber man gewöhnt sich dran. Ist gut. Und Default-Parameter, die fallen auch unter Destructuring. Ist halt vorher so. Und jetzt können wir einfach den hier machen. Relevant dabei ist allerdings, da sind gleich, genau, das ist lesbar. Wir haben drei gleich für dieses A gleich undefined, denn A wird nur auf den Default-Wert gesetzt, wenn es undefined ist. Wenn wir da irgendwie Null reingeben oder irgendeinen Falsy-Wert, dann nimmt er diesen Falsy-Wert und nicht das, was man will. Da muss man aufpassen, wenn man ein bisschen funktional arbeitet und dann irgendwie auf Maps oder ForEachs Funktionen reingibt, weil dann hat man in der Regel noch weitere Parameter, die da reinfallen, die man aber eigentlich gar nicht haben will. Genau, und damit können wir halt wesentlich schöner irgendwie Default-Werte setzen. Das funktioniert auch innerhalb von Objekten, wie man da sieht, und das funktioniert auch mehrfach. Also wir haben ein Objekt, das setzen wir gleich. Bei dem letzten, da setzen wir A gleich 1 und B gleich 2, sofern die nicht gegeben sind und setzen den kompletten Ding auf ein leeres Objekt, sofern wir nichts anderes haben, was dazu führt, dass wenn wir nichts reingeben, ein Objekt A gleich 1 und B gleich 2 haben. Wenn wir aber ein Objekt reingeben, was A gesetzt hat, B aber nicht, dann haben wir A, den Wert, den wir reingegeben haben, und B, den Default-Wert. Macht das Ganze wesentlich komfortabler. Allerdings ist das tatsächlich, wenn man es nicht weiß, ein bisschen schwieriger zu lesen. Dann haben wir sowas wie Spread-Rest. Da haben wir so, wenn man alle Argumente einer Funktion haben möchte, gibt es das Keyword Arguments. Das ist aber echt eklig. Also da steht explizit Evil dran, weil das führt auch dazu, dass man Arguments leakt. Arguments ist nämlich echt special. Handelt vom Compiler, also von V8. Führt dazu, dass alles viel langsamer wird, weil er anfängt, Dinge nicht richtig zu optimieren. Jetzt können wir sowas tun. Hat genau den gleichen Effekt. A ist jetzt ein Array, was alle Argumente beinhaltet. Da liegen wir aber nicht dieses Keyword Arguments. Ist also wesentlich schöner. Das können wir auch so machen. Dann haben wir in A und B jeweils den ersten und zweiten und in C alles andere. Was halt nicht funktioniert, ist so. Warum das nicht funktioniert, ist eigentlich klar. Genau, das ist nicht entscheidbar. Wir wissen nicht, was A, wann wir aufhören mit A. Dann können wir Dinge aufeinander addieren mit Arrays, mit Concert zum Beispiel oder Destructoring. Wir machen ein neues Objekt, wir destructoren A und B. Dort haben wir 1, 2, 3 und 2, 4, 6. Hintereinander, ohne Concert. Sieht schöner aus. Naja, Punkt, 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 Punkt A heißt, wir nehmen das Array 1, 2, 3 und nehmen es effektiv aus dem Array raus. Das heißt, das sind jetzt einfach nur die Zahlen 1, 2 und 3. Und die packen wir in ein neues Array. Genau, das ist dann wieder so ein Beispiel. Apply und Call sind ähnlich, bis auf, dass sie einmal ein Array haben wollen und einmal die Zahlen hintereinander. Das ist jetzt aber tatsächlich äquivalent. Error Functions sind super, vor allem mit diesem Kontext, der ziemlich böse ist. Das hatte ich ja schon gezeigt. Und genau hier sieht man das, was ich eben meinte mit den Klammern. Wenn man die Klammern setzt, dann weiß er, dass ich ein Objekt zurückgeben möchte und nicht ein Body aufmache. Früher gab es dieses Self. Self sieht man in ganz vielen alten JavaScript-Libraries, sowas wie jQuery. Und wird halt benutzt, um den Kontext zu speichern innerhalb von Funktionen, wenn man neue, anonyme Funktionen macht. Das können wir jetzt aber auch so machen, weil ein Array Function hat keinen Kontext. Die ist immer an den lexikalischen Kontext gebunden, sprich an den Kontext, wo diese Funktion definiert wurde. Macht das Ganze wesentlich entspannter, vor allem, wenn man funktional programmiert, weil da möchte man eigentlich immer nur ganz viele neue Funktionen in irgendwelche Funktionen reingeben und diesen Kontext, wenn möglich, behalten. Und wenn man immer dieses Self haben möchte, das was ich haben müsste, wäre das echt nicht so schön. Genau. Das sind halt auch nur noch so zwei Sachen. Dann haben wir Template-Digables, weil früher musste man so was tun, wenn man einen Zeilenumbruch haben möchte. Das kann man so machen, ist aber nicht lesbar, finde ich. Also vor allem, wenn man jetzt, mit einem geht das vielleicht noch, aber wenn man da jetzt irgendwie eine Beschreibung haben möchte, so a la readme, und dann so einen Text da reinbaut, dann hat man irgendwie alle fünf Wörter einen Slash-N drin. Das ist nicht so schön. Jetzt können wir einfach mit Backticks arbeiten und einfach einen Zeilenumbruch da reinmachen. Das Gleiche, wir addieren Dinge. Hier war ich jetzt auch einfach mal so frei und habe nicht die Typen angepasst, sondern einfach mal, JavaScript weiß ja, was ich tue, wie wir gelernt haben. Da kommt übrigens foo1bar als String raus. Das können wir aber auch so machen. Das ist ein bisschen eindeutiger. Und vor allem, ist es definiert bei Template Literals, dass alles, was wir da reingeben, sprich dieses Dollar, Klammer auf eins, wird immer zu einem String gepasst vorher, per Definition. Das heißt, egal, was wir da reingeben, da geht immer ein String rein. Object Literals, wir können ein bisschen verkürzen Dinge. Wir müssen nicht mehr zwingend allem eine Funktion reingeben, sondern können auch einfach, wie man es von klassenorientierten Sprachen kennt, direkt so eine Funktion darauf definieren. Wir brauchen nicht mehr Doppelungen und wir können direkt irgendwelche Computed Properties definieren, ohne sie erst später zu definieren. Was übrigens den großen Vorteil hat, beim Rechten weiß V8 direkt, wie das komplette Objekt aussieht und kann das dahingehend optimieren. Beim linken weiß es das nicht. Beim linken optimiert V8 erst mal, okay, ich habe ein X mit zwei Properties. Oh, jetzt kommt eine neue Property hinzu. Jetzt habe ich ein Objekt, das kenne ich so noch nicht. Das muss ich erst mal neu durchdenken. Das muss es jedes Mal, wenn man ein Objekt verändert. Das sind sogenannte Hidden Classes bei V8. Man möchte ein Objekt möglichst zweimal definiert haben und dann nie wieder was an den Typen da drin ändern. Und dazu gehört auch, dass wir keine Properties hinzufügen oder löschen, weil das führt immer dazu, dass V8 sich denkt, nee, so habe ich mir das aber nicht gedacht. Das mache ich jetzt neu. Und wohlgemerkt, wenn V8 sich das oft genug gedacht hat, dann denkt sich V8 auch irgendwann, ach, leck mich, ich höre jetzt auf, das zu optimieren und mach halt deinen eigenen Scheiß. Dann wird es langsam. Ja. Damit Leute ein bisschen einfacher arbeiten, haben wir jetzt Klassen. Also außer, dass wir keine Klassen haben in JavaScript, haben wir Klassen. Das ist echt eklig. Also das ist eigentlich so ein Fall, den könnte ich auch unter so Bad packen, weil JavaScript hat keine Klassen. JavaScript hat Prototypen. Jetzt haben wir aber ein Keyword, Class und so Extents, was eigentlich da, was so aussieht, hätten wir Klassen. Haben wir aber nicht. Das sind immer noch nur Prototypen. Das ist einfach nur andere Syntax. Da hilft es auch nicht, dass einige große Libraries sehr stark dazu gehen, dass man diesen Syntax benutzt. Aber nun ja, jetzt haben wir sie. Und da können wir auch, wie man das von anderen Sprachen kennt, so Aesthetics drauf machen und direkt Werte zugeben. Wobei da, da wo ich es angegeben habe, das ist ES Next. Das heißt, das ist noch nicht offizielle Spezifikation. Da ist man sich immer noch nicht 100% einig, ob man das jetzt wirklich so macht. Ist aber Stage 3. Es gibt vier Stück. Vier heißt, wir sind fertig damit und das ist jetzt so. Und drei ist, naja, das ist schon ziemlich gut, was wir da haben. Wenn jetzt nicht irgendjemand einen Riesenfehler in unserem Konstrukt findet, lassen wir das auch so. Ist also ziemlich safe to use. Ja. Dann haben wir Promises. Das ist ein Feature, was sehr essentiell geworden ist. Früher gab es nämlich Callbacks für alles, was dazu führte, dass man irgendwann in Indent Stufe 18 ist, weil man Sachen immer mehr Callbacks geben muss, weil man ja warten muss und Java ist nun mal ziemlich asynchron. Allein schon, weil wir haben nur einen Strat und den müssen wir ja schon irgendwie gut nutzen. Naja, dann gab es irgendwann Promises. Promises haben so ein Resolve und ein Reject und das ist eigentlich nichts anderes als eine Funktion. Dann kriegen wir einen Promise zurück und dem können wir sagen, wenn du fertig bist, mache dies. Oder wenn du fertig bist und einen Fehler hattest, dann mach dies. Und das kann man fröhlich hintereinander machen. Also wenn man so einen Zen auf einem Promise hat, kriegt man wieder einen Promise zurück und auch den Wert, den man in seinem ersten Zen fertig berechnet hat, den kriegt man dann im nächsten. So. Das kann man sich, das kann man auch ein bisschen visualisieren. Das zeigt halt nur, wann was passiert und rot ist in dem Fall rejected. Das Ganze mit Callbacks, ich glaube, das würde ich jetzt nicht auf die nächsten drei Folien kriegen. Wir haben auch inzwischen Generators. Generators sind ziemlich gut, weil wir können Dinge, wir können diesen Generator aufrufen, ihn einmal berechnen lassen, bis zum ersten Yield effektiv und dann hört er erstmal auf, bis wir ihn wieder aufrufen. Und dann macht er weiter. Wenn man also längere Berechnungen hat und Zwischenwerte, ist das ganz praktisch. jetzt in diesen einfachen Beispielen ist das ziemlich egal. Führt aber dazu, dass wir dadurch iterieren können und was er halt effektiv macht, ist, er berechnet erst bis zum ersten Yield, also bis zum F, geht dann das erste Mal in diese Vorschleife und macht das, was in dieser Vorschleife steht, mit dem ersten Yield, sprich dem F, in unserem Fall nur ein Constant Lock. Wenn man aber jetzt irgendwie größere Berechnungen hat, dann würden wir jetzt schon größere Berechnungen machen können, dem User irgendwelchen Output geben können und dann erst wieder weiterrechnen müssen, statt dass wir erst alles berechnen müssen, dann den Array mit dem Resultat haben und dann durch iterieren. Darauf können wir auch tolles Destructuring machen und dann auch ein Yield-Sternchen machen, um Iterables zurückzugeben, die dann quasi wieder nach und nach offensichtlich wurde eine Schreibmaschine geholt. Ja, es ist nur ein Chrome, was ich hier aufhabe. Genau, und das mit dem Yield zeigt halt, dass wir auch sowas machen können. Das erste Beispiel würde halt Yielden, dann Lock, dann wieder Yield, dann wieder Lock, dann wieder Yield, dann wieder Lock. Und beim zweiten Beispiel sieht man, dass dieses Return-Keyword in Generators echt nicht nötig ist. Das führt nämlich nur dazu, dass er einfach aufhört. Und er hört auch nicht auf und gibt einem das, was man ihm im Return gibt, sondern er hört auf und das Resultat von dem Return ist egal. Also ein Return in einem Generator ist echt so ein Zeichen oder Don't. Ja, außer abbrechen, aber man möchte meistens nicht abbrechen bei den Return. So, wenn man jetzt diese beiden Konzepte zusammenführt, kriegen wir Async-Await. Das kennt man unter anderem aus C-Sharp. Darauf kann man Promises ein bisschen einfacher machen. Man kann nämlich entweder so machen, das Ganze gibt jetzt eins zurück, wogemerkt, oder so. Das führt jetzt dazu, dieses Await führt effektiv dazu, dass er so lange wartet mit der Execution von der Function bis dieser Promise fertig ist. In unserem Fall ist das nur ein Tick in der Event-Queue, weil wir haben nur ein Resolve. Da könnte man aber auch mehrere Dinge drin haben. Nämlich zum Beispiel sowas. dann haben wir N, das Resultat von A, sprich 1, und geben dann N plus 1 zurück. Ja, das ist allerdings jetzt, wie das aussieht, wenn wir das in Spirate haben, weil dieses Async-Await kann Node zwar inzwischen nativ, Chrome aber noch nicht. Also, ich glaube, der neueste inzwischen schon, aber bis vor kurzem nicht. Und da sieht man halt, dass Async-Await eigentlich nichts anderes sind als Generator on Promises zusammen. Also wirklich, man sollte sich eigentlich nur im Gedächtnis haben, dass das, was man tut, wesentlich teurer ist, als es aussieht. Ja, es ist wohl auf Twitter rumgegangen, dass man diese Notifications sieht. Gut, dass dieser Vortrag gleich vorbei ist. Und gut, dass man meine Twitter-Notifications nicht sieht. Ja, jetzt wird das natürlich weiter ausprobiert. Wir haben auch noch Maps, Sets und Weak-Versionen davon. Maps und Sets sind prinzipiell ganz gut. Eine Map ist ein Iterable, ein Key-Value-Pair und der Key kann halt beliebig sein. Die Weak-Varianten davon haben den Vorteil, dass sie nicht als Referenz für das Garbage-Collection zählen. Das heißt, egal was da drinnen steht, wenn man überall anders alle Referenzen zu den Variablen, die da drinnen stehen, eliminiert hat, dann ist auch der Inhalt weg. Das kann praktisch sein. Man sollte sich dabei tatsächlich ziemlich sicher sein, was man tut, weil sonst kann das dazu führen, dass man plötzlich keine Variablen mehr hat. Oder dass diese Weak-Map nie richtig aufgeräumt wird. Und das gleiche eigentlich für ein Set. Und ein Set ist nichts anderes als eine Liste. Sprich Nary. Dann haben wir noch Symbols, die gibt es tatsächlich schon länger, in dem Sinne, dass es so Funktionen gibt wie ToString, die ein well-known Symbol sind und nicht wirklich überschrieben werden können, wenn man nicht weiß, wie dieses Symbol ist. Das Problem ist, man kommt nie an den Wert eines Symbols, wenn man ihn nicht explizit übergeben bekommt. Denn, wie man hier sieht, ich mache ein Symbol und dann mache ich ein neues Symbol und es ist nicht das gleiche. Auch wenn ich diesem Symbol einen Namen gebe, wie Foo, dann ist, wenn ich das gleiche nochmal mache, das Resultat nicht identisch. Und auch ein das funktioniert tatsächlich, Symbol for. Das funktioniert jetzt aber nur, weil wir wissen, dass dieses Ding für Foo ist. Wenn wir ein beliebiges anderes Symbol haben und auf dieses Objekt, was da referenziert wird, zugreifen möchten, müssen wir wissen, wofür das gemacht wurde. Und wenn das nicht mit Punkt vor erzeugt wurde, dann ist es eh egal, weil da kommen wir eh nicht dran. Und die können wir halt, wenn wir nämlich hier so ein Objekt haben, mit drei Symbol Properties und einer ganz normalen, und dann haben wir so ein paar Versuche, da irgendwie dran zu kommen, wenn wir zum Beispiel Optic Keys aufrufen, kommen wir nicht dran, wenn wir das Ganze zu einem JSON machen, kommen wir auch nicht an die Symbols, wenn wir Get-Own-Property-Names benutzen, eine neue Funktion, kommen wir auch nicht dran, das einzige wie wir dran kommen, ist mit Get-Own-Property-Symbols, da kommen wir an die Symbols, das ist aber halt schon sehr explizit, man muss wirklich genau wissen, dass man an irgendeine Symbol-Property kommen möchte, ansonsten läuft man dem nie über den Weg, was auch ganz gut ist. So, jetzt hätte ich eigentlich auch noch mehr, die Zeit ist aber um. Stattdessen würde ich lieber dazu hingehen, ob noch jemand irgendwelche Fragen hat zu dem Ganzen, weil sonst kommen wir dazu nicht mehr. Die Sachen, die ich, also die Frage war, wie der Browser-Support ist für die Sachen, die ich vorgestellt habe, die Sachen, die ich hier vorgestellt habe, die funktionieren alle in aktuellen Browsern. Aktuell bedeutet, bis auf das Async-Await seit ungefähr einem Jahr an Chrome, Edge kann das schon immer, Firefox seit dreiviertel Jahr, das ist immer so relativ weit hinten dran und Safari, naja, Safari ist der neue IE. Also Safari braucht immer sehr lange, was aber auch verständlich ist, weil Safari hat einen Update pro Jahr. Entsprechend langsam geht das voran. Trotzdem, die Sachen, die man hier benutzt, wenn man nur die neuesten Browser targetet, kommt man da eigentlich immer dran. Ansonsten, das ist nämlich das, was später in den Folien drin kommen würde, guckt dir mal Babel an, das ist ein Tool, um die Sachen eben zu transpilen in den alten Syntax, wie das, was ich eben mit Async-Await gezeigt habe. Damit kann man die Sachen benutzen und transpilen, damit sie eben auch in alten Browsern funktionieren. Ja, Yul? Warum? Klammer auf, weil es keine Klammer zu warum was historisch gewachsen. Also ich gehe davon aus, dass du in allen Sprachen so irgendwelche Fuck-Ups findest, teilweise werden die aber einfach gefixt und nicht drin gelassen. Bei JavaScript ist es halt besonders, JavaScript wird niemals irgendwelche inkompatiblen Sachen rausbringen. Und JavaScript ist inzwischen auch ein Living Standard, das heißt, es werden immer neue Sachen hinzugefügt und nichts Altes rausgenommen. Niemals. Einfach, weil sobald wir anfangen, Sachen rauszunehmen, geht's kaputt. Seine Frage war, warum? Lass mich die Frage nochmal politisch formulieren. Wir sind nicht politisch. Wie kommt es dazu, dass Sachen in den Standard kommen? Und ist das derselbe Grund, warum keine Sachen aus dem Standard rausgehen? Die Frage war, warum und wie kommen Sachen in den Standard und ist das der gleiche Grund, warum sie nicht wieder rausgehen? Also Sachen kommen in den Standard, da gibt es ein Komitee für, das T239, das wird geführt von hauptsächlich großen Techfirmen in den Staaten, also Google, Airbnb, Facebook, Microsoft sind die, die auch immer die Sachen ausrichten und die Sponsoren, sprich die Location zur Verfügung stellen. Die Menschen da drin sind zum einen von den Firmen, prinzipiell kann aber jeder einen Vorschlag machen für neue Features, das Komitee guckt sich das Ganze an und fragt auch hauptsächlich über GitHub Issues und danach, ob da irgendwie Bedarf besteht und ob die Leute das gut finden und dann gibt es halt den Prozess, dass man anfängt, Prototypen dazu zu machen, dass man das in Babel einfügen muss, damit man es peilen kann und das ist halt so der Prozess, wie das Ganze funktioniert. Also prinzipiell kann jeder das machen. Rausgehen tun sie tatsächlich nur nicht mehr, weil man dann Sachen kaputt machen würde. Also wenn jetzt plötzlich ein neuer JavaScript Standard, dieses Number ist not a number und ist not a number vereinheitlicht, dann würde jedes JavaScript Programm, was auf diesen alten Syntax basiert nicht mehr funktionieren. Das wäre doof. Deswegen gehen Sachen nicht mehr raus. Ja? Also die Frage ist, inwiefern Mozilla noch relevant ist für die ganze Standardisierung. Also relevant sind sie definitiv noch. Sie richten, sie sind zwar nicht Sponsor von diesem TC39, sprich sie richten das nicht selber aus. Sie haben aber einige Mitglieder da drin, die auch daran arbeiten. Ich bezweifle, dass sie jetzt wirklich die Rolle des offenen Standards machen, weil die anderen Teile, auch wenn jetzt Facebook, Google, Microsoft vielleicht nicht so als die Vertreter für offene Standards gelten. In Sachen JavaScript tun sie das tatsächlich schon und gerade Facebook ist so der Player, der das Ganze pusht, weil die extrem viel in JavaScript investieren und für neue und Google mit V8 natürlich riesig die Performance pusht, dass man das Ganze auch benutzen kann. Also ich würde Mozilla jetzt nicht eine größere Rolle geben als Airbnb. Einziger Unterschied ist, dass Mozilla dadurch, dass sie einen Browser haben, mehr Macht haben darin, wenn die irgendwas wirklich nicht toll finden, dann implementieren die das wirklich erst, wenn es Standard geworden ist und nicht schon früher, weil Sachen werden oft schon implementiert, bevor da haben sie halt einfach als Browser Hersteller die Macht. Die Frage war, ob es richtig verstanden wurde, dass man mit Babel die Sachen in dem alten Browser ausfüllen kann und inwiefern sich das auf die Performance auswirkt. Also ja, man kann, dass mit Babel Sachen in ECMAScript 5 umgewandelt, das ist so ungefähr ab Internet Explorer 8, also schon sehr lange. Ich glaube, Google Chrome kann man quasi Version 1 benutzen und es funktioniert. Firefox auch irgendwie Version 15. Performance ist natürlich, man hat immer einen Performance Hit dabei, die sind allerdings sehr bemüht, das Ganze möglichst gering zu halten. Das ist aber tatsächlich so eine Sache, da muss man sich jedes Feature einzeln angucken. Also man kann jetzt nicht global sagen, es wird damit 20% langsamer, sondern je nach dem, Features man benutzt, zum Beispiel dieses LED Const war, hat überhaupt keinen Performance Hit, weil Transpilen passiert tatsächlich nichts anderes, als dass alles auf wahr geschrieben wird. Und beim Compilen wird geguckt, ob man der Spezifikation entspricht. Ja? 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 Ja, die Frage war, was meine Empfehlung ist, wenn man einfach mal rumspielen möchte mit JavaScript und nicht zwingend Notepad möchte. Ja, ich würde sagen, einfach den aktuellen Standard, vielleicht sogar schon Sachen, die noch nicht im Standard sind, weil alles, was Stage 3 ist, ich glaube, es gibt noch nichts, was rausgeflogen ist wieder oder es nicht richtig empfunden wurde, wenn es Stage 3 war und dann einfach Babel draufhauen, dass man seine, dass man die Sachen auf den Browsern ausführen kann, die man möchte. Und da steht jetzt ein Unicorn, der sagt, dass ich aufhöre. Oh. Dann bedanke ich mich und wenn jetzt gleich noch jemand Fragen hat, kann der gerne zu mir kommen und ich beantworte ihm die so. Reicht jetzt nur nicht mehr für diesen Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank.